Ich laufe nicht, ich fliege. Das macht es nicht besser. Die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon mal. Nein, mit mir hattest du die noch nicht. Ah, okay. Willst du dir als Beleuchtung oben drauf packen, oder was, Chris? Ich habe ganz viele Steinmauern dabei. Soll ich hier einen Wald ziehen um das Häuschen? Warum hast du Steinmauern dabei? Keine Ahnung, warum ich die habe. Wahrscheinlich nur von der letzten Aufnahme, wo ich dabei war. Was haben wir da mit Steinmauern gemacht? Ich weiß es nicht. Aua. Ach, ein Skelett. Wagersüchtige Fotze. Nein. Ist das wegen voll nach Bronco gerade angehört? Cool. Ja. Das hat man mir auch schon SFT-Train gesagt. So, habe ich alles. Ich bin auf dich an wie Gronkhs. Ähm. Ja, natürlich. Aber natürlich. Ich bin Gronkh. Mike. Danke. Ja, ich musste da irgendwie raus. So, dann können wir jetzt mal unsere hübschen Diamond Pipes... Ne, gar nicht wahr. Da können wir noch gar nicht mehr hin. Wir brauchen eigentlich Iron Pipes, verdammt. Ne. Brauchen wir nicht. Wir machen so bald. Ne, das ist schon was. Und... Äh... Ein, zwei, drei, vier. So. Nach... Grün... Komm... Kommt... 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 Und das hin. Und gelb. Ne, gelb und grün kommt das hin. Und... Weiß kommt Kabel. Sand. Hast du gerade Dirt und Gravel zufällig? Äh, warte. Ich habe noch Treibsand. Ne, das soll extra, das soll nicht entfässern. Ne, sonst habe ich nicht dabei. Na, egal. So, und jetzt habe ich im Endeffekt eigentlich das recht einfach gemacht. Und das deckt die scheiß Teile schon wieder. Ich fasse es nicht. Ach, dass du sie so übereinander macht, oder was? Ja, das deckt sich nämlich gar nicht. Das ist so ein bisschen mein Ärger. Hm. Bösser Zombie. Ähm. Nein, Zombie. Bösser Zombie. Stier. Cool, habe ich sogar passend Fesse 1 noch über. Gut, dann kriegt Treibsand doch noch ein Fass. So. Ach ne, ich habe ja noch zwei Stück. Ähm. Warte mal. Verdammt, ich muss sie so ein bisschen logisch aufbauen, dass wir überhaupt genug Pipes haben. Äh, wieso, wenn du sie mittig jetzt reinmachst? Geht leider nicht. Die können nur von oben gefüllt werden. Deswegen wahrscheinlich haben wir jetzt nicht genug Pipes. Ne, wir haben nicht genug Pipes. Das heißt, entweder brauche ich... ... ... ... ... Ich habe den hier nicht hingeschmissen. Äh, entweder brauchen wir jetzt ein bisschen Glas... ...ne, warte mal, wir haben ja auf der anderen Seite noch Glas. Apropos, wie soll man jetzt eigentlich hier rüberkommen? Ne, das frage ich mich auch? Ja. Noch mal umbauen. Da hat's bumm gemacht. Und es hat bumm gemacht. Ich hätte, ich hätte doch jetzt... ...ich wäre doch jetzt hier drüben und hätte das Ding umgebaut, Mann. Ja, was denn? Nein, ich will das ein bisschen... ...platz sparen, also... ...effektiver machen. Mach. Mach ich auch. Ähm... Okay, es geht doch nicht. Verdammt. Kurioser Baby-Zombie-Missgeburt. Weil das Problem ist, ich will die Dings hier ein bisschen loswerden. ...die vielen Teile. Hm. Na, so hätten wir jetzt, glaube ich, hierfür genügend, oder? Ja. Dafür hätten wir jetzt genügend. Jetzt ist nur die Frage... ...Diamond Pipe hierhin? Ne, kommt man hier ja wieder nicht durch. Ja, warte, ich... ...wir brauchen so oder so, ähm... ...neue Pipes. Ja, ich hab jetzt ein bisschen Sand gefahren, von daher könnte ich... Ja, ein bisschen Glas haben wir drüben ja auch noch. Dann bauen wir einfach nochmal ein paar neue. Jungs und Mädels... Du musst, oder was? Heute ist Live-Erikssonntag und ja. Was, Live-Erikssonntag? Ja, Hinka-Nika-Dorki. Das sagst du mir jetzt jetzt? Ja! Wein. Tut mir leid. Ja, gut, denn, äh... ...schönen Abend hier noch. Wünsche ich euch auch. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Schönen Abend und schönen Live-Erikssonntag. Jo, bis dann, tschau, tschau. Bis dann, tutulul. Winke, winke. So, jetzt sollten wir genug Pipes haben. Habe ich ein Schlüssel mit? So. Oder mein Körper versucht mir irgendwas zu sagen, ey. Ja, was denn? Ja, meine Nase, Kreml! Weißt du, was wir vergessen haben? Verdammt! Das war jetzt gerade selten dämlich. Was denn? Was musst du? Versuchen, wieder reinzukommen. Ah, hier. Ähm. So, dann kann man da jetzt nämlich auch noch ein paar langen gehen wieder. Ist doch schön. Ja, ganz schön. Äh, was, was, was toll, toll, super toll. Das sieht scheiße aus. So sieht's besser aus. Äh, hier kommt ein Iron-Pipe lang. Äh, die Iron-Pipe hat jetzt nämlich den Vorteil. Kann ich einfach sagen, blub und alles geht hier in diese Richtung. Und dann kann ich hier einmal die Diamant-Pipe reinsetzen. Das heißt, nach blau geht Kabel-Sand hin. Hier unten kommen wir wieder Kisten hin. Na, so. Und eventuell hätten wir den Dinger noch Gold-Pipes spendieren sollen. Eventuell. Hier ist ja das Ende, nicht der Anfang. So. Jetzt sollte die Anlage eigentlich funktionieren. Ähm, jetzt bräuchte ich nur Markierungen machen. Und zwar erstmal den Scheiß-Zong hin, weil er nervt. Hier die erste Markierung. Auf Ebene 22. Oh, fuck, 72. Ähm. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Spider-Man 2. Kann mal bitte einer mitkommen und mich ein bisschen beschützen? Na, klar. Zumindest so tun als ob. Du sollst ab. Komm mal nicht durch. Komm mal nicht durch! Tut mir leid, ich bin zu groß. Bist du fett, oder was? Ja, ich komm doch nicht durch. Äh. Du kannst doch sicherlich mal kurz den Z-Wert von unserer Basis geben, oder? Und zwar ist das 72. Nicht Y, Z. Das war's, achso, äh, 45, ja, 45. Die Scheiße, bin ich abgetrifftet. Ach, du Heilige. Hä? Ey, ich bin Zombie, ich bin auf deiner Seite, du Scheiße. Also 42, äh, der Z-Wert, wo der Curry steht. Was, na, nein, nicht 42, sondern, äh, äh, 45. Wo der Curry steht. Ja. Ja. So kann ich denn jetzt, äh, hier. Hier ist 42, nicht 45. Alter, meine Güte. Ich grepier hier gleich mal. So, ich mach das mal anders. Ich schummle mal ne Runde. Nein, tust du nicht. Doch. Hi. Ist doch 42 übrigens. Was, wie 42? Ja, der Z-Wert. Hä, wieso? Ja, dann hat er mich... Ne, Moment, hier drin. Achso, Entschuldigung, Z-Wert. Das ist ja auch ein ganz anderer. Entschuldigung. So. So. Jetzt kann man nämlich mit diesen Landmarkern, ist nämlich, äh, das, was ich vorhabe. Oh, ich war schon zu weit weg scheinbar, deswegen gehen wir es nicht mehr. Mhm. Äh, mit den Landmarkern, Hilfe, ich werde schon wieder, danke. Kann man jetzt nämlich hier das Gebiet, was man haben will, ausleuchten. Danke, dass du gedrückt hast, jetzt dürfen wir es gleich noch wieder resetten. Egal. Nicht, was ist jetzt zurück. Ja, einfach abbreißen. So. Ähm, das heißt, Länge, Breite muss man jetzt einmal markieren. Und das Gebiet farbt der Query dann ab. Das sind, glaube ich, 64 mal 64 Blöcke. Insgesamt. So, plus minus müsste das sein. Kann das sein, dass es hier immer Nacht ist? Äh, das kann gut sein, ist ja für uns egal. Wir haben ja keine Solarenergie oder irgendwas. So, und jetzt müsste es normalerweise klappen, dass er mir, genau, jetzt hat er mir hier ein Gebilde draus gemacht. Weil ich jetzt den Query von innen rein baue. So, heute der Query, genau. Sammelt ihm mal bitte die Landmarks ein. Äh, bin dabei. Danke. So, und ich glaube, der hat sogar schon Energie, kann das sein. Nee. Wieso läuft denn der nicht? Läuft der jetzt doch nicht mit RF oder was? Das weiß ich nicht. Ja, doch, der hat Energie. Der läuft ja auch. Von mir läuft der nicht. Ah, jetzt sehe ich das, ja. Und jetzt sieht man hier nämlich schon, dass er das alles rausreißt, gnadenlos. Ähm, und ich glaube, das gibt er nicht mal raus, oder? Nee, das zerstört er. Schade. Das macht er komplett kaputt. Naja, gut, ist nur ein bisschen Sand und Holz. Da, wo das Gerüst dahin soll, und so, ne? Genau, so. Dann machen wir währenddessen mal auf der anderen Seite genau das Gleiche. Landmarks eingesammelt. Spinnen können Treibsein entkommen. Wie dämlich ist das denn? Das ist eigentlich nur logisch. Nein. Okay. So. Ähm. Sag mal, Chris, du bist da ja in der Nähe. Sag mal Bescheid, wenn der ungefähr fertig ist. BTF, ein Glob? Ein was? Ich hab ein Glob. Was ist das? Das ist ein Slime nur in braun. BTF? Und ich hab ein Mudball, also ein Schleim, ein Matschball. Ja gut, die Dinger, die gibt's häufig. Hier. Kannst gleich, äh, da hinten, danke. Kannst gleich da hinten stehen bleiben? Bei, bei anderen Landmarken. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, gleich. Können wir gleich in Ruhe machen. Ich will eben die Queries aufbauen. Dass wir zumindestens mal jetzt in mittlerweile fünf Folgen ein bisschen mehr machen. was schaffen. Ja, vier Folgen. So. Äh. Chris, bist du grad in der Nähe der Basis? Ja. Aktivier mal bitte. Also, die Markierung. Achso. Kann sein, dass du den Schalter dann rausnehmen musst dafür. Ich hab von nem Zombie Eisen gekriegt. So, auch richtig. Äh. Ja, cool. Das war jetzt grad schlau. Ich hab einen dämlichen Courier. So. Naja, dann dürft ihr gleich nochmal eben laufen. Ah, Mann. Ich will hier rein. Demnicht wende. So. So. Holt ihr nochmal kurz die Landmarks? Äh, dabei. Danke. Ich packe einfach mal die Landmarken hier wieder mit rein. Und die ganzen treiben. Der hat gut Energie, ey. Der hat seine blauen Linien. Bauber. Ja, der zieht recht gut durch. Der zieht halt richtig knallhart. Und was ich bis jetzt gesehen habe, die 400 RF gehen nicht weniger. Das heißt, wir produzieren deutlich mehr als er verbraucht. Das ist gut. Wie viel hattest du gesetzt? Drei, ne? Ja. Also, drei Stück fehlen jetzt, ne? Ja. So. Dann hier. Holz kriegt er ja normalerweise jetzt nur einmal. Äh, ich hab nur zwei jetzt. Hast du noch einen zufällig, Chris? Nee. Egal. Die Dinger kosten jetzt auch nicht die Welt. Doch, ich hab einen Landmark. Ja. Die Dinger, die kosten jetzt auch nicht so die Welt. So. Gut. Das ist fertig. Dann heißt es jetzt abwarten. Boah, alter, Späte ist immer noch nicht so weit, der Typ. Äh, der hier? Nee, der Query. Nee, ich sag, ja. Ja, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch lange nicht. Nee, 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 nee. Nee, gut. Aber wie man sieht, da ist so ein kleiner Punkt, der jetzt hier gerade die Arbeit macht. Der reißt hier einmal alles halt raus, was hier im Weg ist. Und eine Spinne greift, will mich schnell angreifen. Boah, meine Güte, das hier... Ey. Nee. So, und jetzt kommen wir her. So, und jetzt kommen wir her. Vielen Dank.